So, Ton, okay? FC, FC, läuft! Hallo zusammen. Ach, Lukas, grüß ich. Merhaba. Merhaba. Ich hab ein paar Fragen an dich. Was ist für dich Ehrlichkeit? Eine gute Frage. Wenn man die Wahrheit sagt. Wenn man authentisch ist. Sind Banken denn ehrlich? Oh, Banken sind nicht immer ehrlich. Ich hab Vertrauen zu meiner Bank. Wenn wir was mit dem dann noch vereinbaren, dann klappt das auch. Dass da nicht mit irgendwas spekuliert wird. Meine Bank ist die PSD Bank. Das passt zusammen. Dazu noch der Kölner Dom. Ja, ist ja herrlich, oder? Ja, klar. Ich könnte glatt hier anfangen. Ohne Lukas läuft dann Köln nichts, Mensch. Er ist ja schon... Nein, ja, toll.